Das ist eine Ausstellung, da hast du schöne Dinger gemacht, aber was haben sie denn hinterher gesagt für mich? Ich hatte den Anzug, die Seite wäre schief. Die Kamera, jetzt geht der Drachen hoch, Gegenlichtaufnahme, jetzt bist du gefordert. Geh da, Jürgen, gib Leine. Ich bin wieder dank Radio, das beste aus der Region.